So, und damit herzlich willkommen zurück. Alter, was ist das? Was quietscht denn da gerade so komisch? So, ich muss mich ein bisschen lauter stellen. Ich habe gerade mal geguckt, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Sekunde. Bin sofort wieder da. Äh, Playback, Random, ich glaube, das hängt mit meinen Shortcuts zusammen hier. Ähm, warte mal, das können wir jetzt ein bisschen leiser machen. Ich habe gerade festgestellt, mit der Musik, mit der Lautstärke, dass es eigentlich so optimal ist. So, wir drücken mal den. Jetzt haben wir natürlich klassisch ein weißes Bild, jetzt drücken wir das. Warte, geht sofort weiter, da ist es. So, ich muss das mal ein bisschen leiser drehen hier. Ich bin, glaube ich, laut genug so, ne, so. Ich glaube, so war das. Ähm, so, dann gehen wir, ich muss das noch ein bisschen leiser machen, aber nur für mich, warte. So, was wollte ich noch machen? Ich hatte mir gerade noch was eingefallen, und zwar, genau. Wenn wir Glück haben, finden wir in der Höhle Holz. Genau, richtig, in der Höhle Holz. Wir müssen, achso, ich muss noch eins beraten. Ich hatte eigentlich alle, ich hatte gedacht, ich hätte alle fertig, aber war wohl nicht so. Wir bauen uns hier auch schon mal Kisten hin. So, die Setzlinge. Ach komm, die Axt nehmen wir mit, die nehmen wir nicht mit, die nehmen wir nicht mit. Das brauchen wir auch nicht. Das packen wir nach da, die packen wir zusammen. Was mir aufgefallen ist, oder was mir gerade mal so auffällt. Jetzt natürlich gucken, dass hier keine Monster rumlaufen. Das wäre jetzt extrem gefährlich. Wir müssen noch ein bisschen Rüstung machen. Wir rüsten uns noch mal auf. Wir ballern noch mal ein bisschen Eisen durch. Ist jetzt aber auch nicht ganz so wild. Was brauchen wir denn? Eigentlich alles. Eigentlich alles. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür genug Eisen haben. Schauen wir mal hier oben rin. Wo war das Eisen? Hatten wir nicht noch Eisen? Hatten wir nicht noch Eisen? Da haben wir noch Eisen. Habe ich das jetzt alles durchgeballert? Wir hatten doch noch so einen kleinen Vorrat. Oder habe ich das... Ich sollte keine Pausen zwischendurch machen. Nee, hier ist nichts mehr. Mysteriös. So, dann nehmen wir das erst mal mit. Ich würde auch gerne den See ein bisschen beleuchten. So von innen. Weißt du, wie ich das meine? Das ist so ein bisschen... Probieren wir hinterher mal mit. Äh, Zombies. Nee, Skelett. Ist jetzt nicht schlimm. Plopp. So. Ähm, 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 ähm. So, Steak ist fertig. Packen wir das mal eben darin. Haben wir kein Eisen mehr? Wir haben... Ach doch, 15 Eisen. Das reicht aber um Längen nicht. Pass auf, wir machen den hier. So, das was wichtig ist. Einmal. Und eine Hose. Passt aber auch genau. So, dass ich aber auch nicht reparieren kann. Das ist blöd. Das muss ich erst rausnehmen. So, und die Hose tauschen wir mal. Wir haben wertvolle Fracht mit. Wir haben die Diamant-Rüstung. Äh, wir haben die Diamant-Axt mit. Die Diamant-Spitzhacke. Jetzt habe ich's. So, warte mal. Ich muss einmal das machen, was ich eigentlich normal nicht mache. Ich gucke eben auf mein Handy. So. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, die Aufnahme läuft. Was machst du denn da draußen? So, dann können wir uns eigentlich theoretisch keinen Helm mehr machen. Aber wir können uns ein paar Schuhe machen. So, machen wir so ein paar Stiefel. Die sind nämlich auch ausgenudelt. Wir können allerdings auch, was mir so auffällt, haben wir noch Steine? Oder hatte ich die oben reingepackt? Ist egal. Wir nehmen den Ofen mit. Wir nehmen einfach den Ofen mit. So, das kommt nach da. Ich höre schon die erste Spinne draußen. So, warte mal ab. Wir gucken jetzt mal von oben. Gucken, ob das oben mit der Beleuchtung reicht. Hier oben. Hier ist gar nichts beleuchtet. Ist ja noch schlimmer. So, wir setzen erstmal Fackeln hier. Fackeln hier. Fackeln hier hin. Das können wir gar nicht ausleuchten. Das ist ja noch schlimmer. Oh, fuck it. Hier so ein bisschen erstmal Provisorium reinhauen. Weil hier spawnen auch nicht. Ja gut, hier ist auch relativ gut beleuchtet. Hier spawnen nicht viel. So, wir machen folgendes. Sowieso erstmal speichern. Wir machen ganz kurz auf Peaceful. Aber nur. Damit wir uns in Ruhe da runter bauen können. Ich habe keine Lust hier runter geballert zu werden. Hier war ja der Eingang, ne? Ja. Oh, hier haben wir noch so viel Sand. So, auf hier geht es hoch. Ist ja nicht so, dass man es nicht sieht. Und hier geht es hoch. So, und ab jetzt stehen wir auf der Liste der bedrohten Arten. So, auf hier auch extra markieren. Und hier wissen wir dann Bescheid. Hier ist Ende. Hier ist das Ziel. Dann können wir direkt anfangen hier Eisen abzubauen. Ein ganzes. Und jetzt ist die Höhle nicht groß. Dann hast du mich echt liegen. Oh Gott, das sieht auch so aus, als wenn da schon wieder das Ende wäre. Aber wir haben ja noch eine andere hier im Ärmel. So, ich packe das noch da. So, warte, 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 warte. Fackeln. Haben wir keine Angel? Doch da. Ich kann sagen, wir haben noch angefangen, ne? Ich höre hier was. Ah, fuck it. Ja, egal. Wir hätten, wir müssen uns noch einen Eimer machen. Wir brauchen definitiv noch einen Eimer. Und wir sind schon am Ende. Naja. Hat sich ja mal echt gelohnt. Das heißt hier. Ne, warte, 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 warte. Da unten könnte es theoretisch weitergehen. Wir gucken mal um die Ecke. Oh ja, hier scheint es echt weiter zu gehen. Oh ja, ich höre Zombies. Warte mal. Wir markern das mal. So. Mal eben aufs Schwert wechseln. Warte mal. Ja, die Fackeln und das Schwert, das sitzt mir eigentlich zu weit aus. Ne, doch nicht. Ah, okay. Hier geht es weiter. Hier müssen wir nach oben. Hier nicht, aber ich leuchte das mal eben aus. Nur um zu gucken, ob hier irgendwo Eisen ist. Diesmal werden wir auch viel entspannter hier unten sein. Aber wenn wir sterben, dann sterben wir. Wir sind in der Nähe des Hauses. Das ist tröstend. Hier ist auch nichts. Die Kohle holen wir später. Weil wir sind jetzt nicht auf Kohle aus. Da Eisen. Das muss man auch hier eben ausleuchten. Warte mal, ganz kurz wusten. So, ich hatte auch gerade noch was zu trinken hier stehen. Meine ich doch. So, pass auf. Jetzt holen wir erstmal. Wo war denn das? Ah, da. Das Eisen. Ich würde auch ganz gerne gleich. Warte. Das wir das, 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 das so tauschen. Aber das wäre jetzt echt für eine Höhle ziemlich klein, ne? So, wir leuchten hier mal aus. Ähm. Da geht's ziemlich weit runter. Da sind wir hergekommen. Gut. Ähm. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass wir hier nie wieder rauskommen, ne? Oh, fuck. Was hier an Fackeln drauf geht. So, pass auf. Wir buddeln uns mal hier runter. Ähm. Spitzhacke. Ich glaube, wir haben reichlich mit. Warte mal. Aber wir haben keine Erde mitgenommen. Ach man. Ich habe Erde vergessen. Egal. Müssen wir jetzt mitleben. So. So. Auf jeden Fall geht's eigentlich ganz einfach hier. Jetzt bräuchten wir noch ein paar Steine. Und vor allem müssen wir ja ausleuchten. Ich weiß nicht, ob wir hier umsonst runterbuddeln gerade. Ich mach mal hier einfach welche weg. Wird auf jeden Fall diesmal ein etwas längerer Ausflug. Wo geht's? Ach guck mal, wir brauchen da gar nicht. Wir gehen erstmal hier gucken. Kann sein, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Plopp, plopp. Wir müssen hier hoch. Hab ich mir. Ja, das erkenne ich dann, glaube ich. Erstmal Eisen mitnehmen. Dahinter ist ein Zombie. Den höre ich doch schon. Alter, die Höhlen sind hier wirklich. Wenn du eine findest, ist sie wirklich richtig groß. Er scheißt sich jetzt schon in die Hosen. Und er ist noch gar nicht hier drin. Oh, wie buddelt mich an der Lava vorbei. Ach, wir müssen sowieso noch Kohle sammeln. Fällt mir gerade mal so ein. Weil wir haben zwar einen Ofen mit, aber wir haben ein Stück Kohle. Haben wir denn, was haben wir denn? 19. Doch, wir können noch Fackeln machen im Extremfall. Alter Schwede. So, hier müssen wir hoch. Direkt markern. Warte mal, 32. Könnte reichen. Ja, doch. Der war unnötig. Ja, unten ist schon wieder Lava. Habe ich das hier markiert? Nein. So, hier nehmen wir das Eisen erstmal mit. Eisenvorräte hier sind aber auch sehr klein gehalten. Oder kommt mir das einfach nur so vor, weil ich verzweifelt danach suche? Da ist mal. Oh, 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 oh. Was sehe ich denn da? Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo, mein Freund. Oh mein Gott. Diamanten, Diamanten. So viele Diamanten zu finden, hätte ich jetzt nicht mal damit. Oh nein, oh nein, oh nein. Einer ist wieder weg. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass genau dahinter die Lava ist. Pass auf. Wir haben zwölfmal Eisen. Wir brauchen Kohle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist unser Todesurteil. Das ist unser Todesurteil. Darüber brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu reden. Wir sind so tot. Aber vielleicht wird der Ausflug doch nur kürzer, als ich dachte. Pass mal auf. Wir haben nämlich eigentlich schon fast alles, was wir wollen. Haben wir mal eben hier hoch und holen uns mal eben ganz schnell die Kohle aus der Wand. Der ist doch irgendwo gerade was in die Lava gefallen, oder? Oder meine ich das nur? So, pass auf. So. So, pass auf. Wir nehmen Redstone nehmen wir auch noch mit, wenn wir es schon im Angebot haben. Nehmen wir es natürlich an. Nehmen wir es natürlich an. So, zack. Die Kohle nehmen wir raus. Den Ofen bauen wir auch mal direkt ab. Vor allem, ich hoffe es reicht. Wir haben keine Workbench mit. Aber das müsste... Ja, doch. Geht. Wir brauchen eine Workbench dafür. Ei, 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 ei. Das ist so Katastrophen hier gerade. Wir haben auch noch einen mit. Eins, zwei, drei. Ja, ein Eimer. Sehr schön. So, die Workbench. Wir lassen nichts stehen. Workbench nehmen wir auch mit. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade so leise am Reden war. So, dann machen wir jetzt erstmal folgendes. Wir holen uns erstmal Wasser. Wo holen wir das Wasser? Von da oben. Kommen wir da dran? Sollten wir eigentlich eine... Oh, fuck. Warte mal, warte mal, warte mal. Stein, Stein. Hoch, hoch. Zack. Ne, das kommt von da ganz oben. Da kommen wir nicht dran. Wir brauchen jetzt irgendwo eine Wasserquelle, wo wir drankommen. Ich mach das mal eben dicht hier. Ich hab keinen Bock mit den Diamanten hier gleich abzufackeln. Da ist Wasser. Aber die Quelle ist auch wieder ganz oben. Da hinten Scheiße hat ein Zombie rum. Den holen wir uns erstmal. Zwei. Oh, fuck, 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 weg, 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 weg. Wir brauchen ein Schwert. Wir brauchen ein Schwert. Warte mal, warte mal, warte mal. Ganz kurz. Schwert. Ach, wir haben auch mit dem... mit dem Steinschwert da drauf gekloppt. So, da ist noch einer. So, ich leuchte mal eben die Ecke hier aus. Da kommt nämlich der Nächste hinterher gescheißert. Alter, geh doch auf Schwert. Was soll das? Alter, wie schnell das jetzt ging. Das ist schon heftig. So, jetzt aber ausleuchten. Ist hier hinten ein Spawner. Kommt aber auch nicht hin. Ja, da sind die Nächsten schon. Kommt da nicht. Kommt da nicht. Ich bin zu fett. Ah, Mann, 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 warte mal. Ich muss einfach mal so, so, so machen. Dann hier hoch. Ich höre Zombies, aber wo? Jetzt mal auf, wir schwimmen hier einfach mal hoch. Der ist doch gerade da aufgeploppt. Alter, wechsel auf Schwert, wechsel auf Schwert. Komm mal, bumm. Ja, bumm. Ja, mach doch. Ja, dann eben nicht. Der ist doch gerade hier aufgeploppt, oder? Ist hier ein Spawner in der Nähe? Hier ist nochmal Eisen. Da ist ein Skelett. Oh, mein Gott. Alter, jetzt geht es aber richtig ab hier. Krass. Alter, wir spielen auf easy. Gold? Können wir was mit Gold machen? Weiß es nicht. Ich will doch nur Wasser. Leute, ich will euch noch nicht mal viel klauen. Ich will einfach... Und das bisschen Eisen nehmen wir auch noch mit. Oh. Fuck. Ich wusste nicht, dass es so heftig werden kann. Sache, wir haben Diamanten. Das ist Todesurteil. Wir leuchten hier mal aus. Wo kommt denn das her? Von da oben. Gut, wenigstens eine Positivmeldung. Ich glaube, wir sind ziemlich dicht an der Quelle. Qualle. Warte mal, ich komme ja nicht hoch. Da oben hängt doch noch Eisen in der Decke. Alter, geh doch mal hoch hier. So. Oh, wie hoch müssen wir denn hier? Hallo, Quelle? Alter, wie hoch ist die? Also, wir sind hier an der Oberfläche angekommen, wenn das so weitergeht. Wir brauchen noch nur ein bisschen... Aber das, dass man das hier auch nicht abschöpfen kann. Das ist so ein bisschen... Nee, du kriegst hier kein Wasser raus. Das nervt mich jetzt gerade. Muss ich gestehen. Ah, ich glaube, da oben ist es. Ah, das habe ich schon mal gesagt. So, warte mal. Fackel setzen. Ja, da haben wir es. Mein Gott, was für eine Geburt, um einen Eimer Wasser zu kriegen. So. Jetzt können wir hier wieder runter. Wir folgen dem Wasser. Wir nehmen das Eisen natürlich mit. Oder ist da noch eine Quelle? Nee, doch nicht. Das dauert halt nur. Wir müssen gleich ein bisschen Lava ablöschen. Ach doch, da oben ist noch Eisen. Ach ja. Ist nicht so, dass man panisch wird, wenn man... Wie viele Diamanten haben wir jetzt? Vier Diamanten hat. Ist da natürlich total easy peasy. Wenn wir krepieren, krepieren. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir haben ganz schnell das bekommen, was wir wollten. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen fatal. Nehmen wir auch noch mit. Klopp. Alter. Nee, nicht gerade nach unten bauen. Das ist nicht gut. Und die Musik passt gerade so gar nicht. Und ich habe immer noch keine andere Playlist fertig gemacht. Willst du mich verarschen? Oder löst sich das gerade auf? Ach, da unten war auch eine Quelle. Naja, ist egal. So, jetzt brauchen wir... Lava. Mister Lava Lava. Wir müssen das ein bisschen ausleuchten hier. Ja, sonst wird es gleich schlagartig dunkel. Renn in die Lava. Hä? Lava? Was ist das? Pass auf, wir leuchten hier auch ein bisschen aus. Da. Alter, wir sind tot. Alter. Oh Gott, sind wir tot. Wie viele Diamanten hier unten sind. Oh fuck. Und Eisen. Und oh mein Gott. Elf Diamanten. Elf Diamanten. Und da kommt schon das erste Creeper-Gesoxe an hier. Komm, fall ins... Fall in die Lava. Müssen wir... Äh... Hä? Wo ist der? Guck mal, Alter. Jetzt kommt aber auch alles hier hintereinander angescheißert. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Ich hoffe, ich leuchte das auch mal aus hier. Spawnen die jetzt echt auf der Plattform oder ist da eine Höhle hinter? Das ist natürlich eine Einladung für auch für diejenigen hier rüber zu laufen. Und da plumpsen können die hier auch nirgends. Ne, ne. So, dann holen wir uns jetzt das Obsidian. Ich hoffe, dass Obsidian auch so abgebaut werden kann. Ja doch, das weiß ich. Das ist Obsidian hier. So. Ah, und das dauert jetzt. Ne, warte mal. Stimmt, so geht das gar nicht. Wir brauchen die. Bin gerade am Rechnen. Drei. Sechs. Acht Stück brauchen wir. In den nächsten 20 Folgen bauen wir jetzt nur Obsidian ab. Trinkt man eben heimlich was. Und das dauert so lange. Erst mal ernsthaft, da ist man doch schon in Versuchung, dass man auf Creative schaltet. Eins. Wo ist der? Und das acht mal jetzt. Und das acht mal jetzt. Und das acht mal jetzt.